Der frühere US-Footballstar O.J. Simpson ist nach neun Jahren Gefängnis entlassen worden. Simpson kam aus einer Haftanstalt in Nevada frei, wo er seit Ende 2008 wegen eines Raubüberfalls einsaß. Weltbekannt wurde er durch einen spektakulären Prozess um den Mord an seiner Ex-Frau, der für Simpson mit einem Freispruch aus Mangel an Beweisen endete.